und weiter geht es immer um es möchte ich verspielen das kann man ganz viele schon gelascht haben ich habe keine Böse gebraucht wenn die Heer weil du dich so krass nervt da und die Leute der Echtropa und du siehst wahrscheinlich auch schon gar keine Ahnung die noch mal cheap sind Mario Lohn ja nicht die Video ist aber schon mal so aber wenn er zu krass nervt dann ich schlafe Motivation für alles raus die Hörste nicht die Hörste nicht mehr ich muss ja oder bald nee ok das Troll aber ja ich mache Disco Musik Ja. Dup 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 ... Oh fuck! Da, die Schöpner war die ... Nooo! Was denn cusht? dass sie sich gut zu klopfen die Strasse sind nur und aber auch von Blüten ich brauche das Volk alle Dornseiten Euro oder was schon vor dann kannst du in die Welt die Welt ist die Behörde st so wie es so nicht mehr er noch gleich ich das ist ein guter so wie ich mich so schneiden so schattet während der Wichterbundung sind ich ich der Geld hier hat das Thema nur hier ist als nächstes Schwarz die Armee hoch gut oder denn der Steuern vor schien und im anderen sein was es wieder spielen ich bin so ich frage mich was ich umschmerzen in der Hand die loswerden gestorben ankommen einigen ich könnte nur machen 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 nur abmachchen würde ich nicht heute in der russer den den die wir so schätzen wirken was Madel Eifte veröffentlichten das Jahr sind die Zuschauer sind auch so neue Spiele ja auch so Kartus aus Schoen und Hauertin man muss muss die Gangster auf die Freier ja, mit alten Bitches und so... Ja, dann kann ich Orakel Ja So, ja, überhaupt, ich wollte schon sagen Ähm... Das war schon so, dass wir gelernt haben, weil wir die Cuts sehen, wo eine schöne Grafik war Und ich dachte, hä? Ich bin so dumm, wenn ich so eine schöne Grafik war, okay Da war dann eine ganze Geschichte nach Bezirka, also okay Ja, ja, also die... Die ganz, ganz kurzen Filme, die sind... ... noch ein Stück besser und eine... Phonographie, so eine Kotzinspiele ... die eine normale Krennkotziniebe Weil das nur volles Schüster und... ... Korb so wahre Schäme, und da kann man auch noch sagen Also... Feier Oh, meine Mama Hä? Meine Mama Nee, die Schwester Ich hab' gesehen, ich kenn' sie n' den Haar Also... Okay ... und dann hab' gesehen, ich hab' gesehen, wenn man Frau das war Ja... Und ich wusste nicht noch, weil ich keine Haare geplant war Die hunderte, deine Mama Hast du so, also... Ja, genau! Ja! Ja, wundern noch nicht So, mio, Loco, hast du schon nicht g'chirrt Kili, mit Ich sage, dass scheiss gut, sowieso Hahaha Was hat dir nur du gemacht? Schwer halt, ne Ja Mechelisch langweilig die springseins presse ja aber aber auch aus dem vorzunehmen sie haben 8 schnell was schüttelt und durchschützt die kinder spielte ich will muss jetzt werden was ganz schnell ist schwarze ich nicht nur das war schon noch das war die Stoffen vor sich Länger Session, wo man so viel geschwad tun. Man, man. Du willst ja nicht wieder gucken, so... Oh, frag sie mal, du lernst gerne. Ja, ja. Kein Wündob. Ja. Und Cedric habe wirklich gekostet, wo man wirklich viel geschwadet hat. Also, auswärt. Ja, das ist aber lecker Werbung, man. Wir haben die Werbung an Amiris gemacht, oder? Ja. Aber ja, die Freakshow... Das ist so etwas... Vorhin dann für Cedric da gerne brattelt im Radio. Freakshow vom Radio Ara. Radio Ara auswärt. Das ist so ein schönes Namen. Ja, das wusste ich nicht mehr. Ähm, ja, da gibt's alles über Videospiele gebrodelt. Was wie so zu zieren gehört. Ich bin schon ziemlich gut von, nicht? Ähm, eine episch Kamera-Aktion hier. Ja. Also, das ist ja schön. Ich bin sehr gut, das ist wirklich interessant, ne? Ich bin auch noch Videospielmusik dran, du kannst dann auch noch Videospielmusik proporzieren. Ich war schon sehr zufrieden, aber ich weiß es nicht mehr. Wie sehen wir heute? Ah! Ah, okay! Ah, wir fahren zu machen. Ja. Aber ich hatte... Oh! Können wir noch zurück? Ich hatte... Ich fäng doch hin, nur auszureck. Schüß das Kamado den einen oder weh. Gehudo-Walli von Zelda. Ah ja, das ist doch sicher. Aber den Neue-Orchestrer-Version wird in den 2.12. Das sind 4.12 Millionen Leute. Es gibt einen Schatz, den ihr Pizzausherstube. Es gibt noch viele Millionen Leute. Warum das nicht? Na, du hast sie verstanden. Ich habe hattest, über die 2.12. Geburtstag durch den Neuen-Orchestrall-Version, CD ... von Lors, D temple ... Es geht... Zanderer der Seller Kürbungsgesundungen aus dem Jahr auch auf uns so die Kuhlern zu den Kerstin holen zu dem Amulabensfeuer wir uns in den T-Shirt die gesehen sind zuerst der stelle ich mir die neue Beziehung von Ulrich sich für Erschmerz haben sie sich an die Sieftigen Kuhlern ist der Schwerer Spanien Nürnberg zu verstören Wir machen nur noch die richtige Gerte, manche. Dann sind wir als Premier und dann die Kinder, die studiert, haben doch ein Examen und wir haben nicht mehr auf der Examen. Überhaupt. Sie verlieren auch von Nein. Ja, ich weiß nicht. Aber das ist schon ein Tonnen Zeit. Ja, du verlierst... Die muss ja auch nicht, Sascha. Mega viel Zeit. Aber ich... Noch 5 Minuten. Ich finde nicht Zeit mehr, geil, Alter. Ich glaube, ich würde auch noch mal aufhören. Ja, du kennst doch mal aufhören. Ja, du kennst doch mal aufhören. Du kommst doch mal aufhören. Oh, ich kann dir noch mal kurz sehen. Ja, das ist gut. Du kannst noch mal kurz sehen. Ja, das ist gut. Das ist gut, aber nein, ich bin nicht gut. Ich kann nicht mehr sehen. Aber wenn wir nicht mehr kurz aufhören, dann kann ich es gut. Guck, die sind nur aus der Kamera. Das ist doch gar nicht. So, dann kann ich kurz sehen. Kratos, die vor dir liegende Reise ist gefährlich. Doch du musst sie bewältigen, wenn du Athen retten willst. Das Orakel sprach von Pandoras Büchse. Existiert sie wirklich? Ja. Sie ist die mächtigste Waffe, die ein Mensch einsetzen kann. Und mit ihr könnte ich Ares besiegen. Die Büchse ermöglicht vieles. Darum ist sie gut versteckt. Weit jenseits der Wüste, der verlorenen Seelen. Es gibt einen sicheren Weg durch den tödlichen Sand. Doch nur jene finden ihn, die das Lied der Sirenen hören und ihm folgen. Finde die Sirenen, Kratos. Nur sie führen dich zu Kronos, dem Titan. Ein Titan lebt? Kronos ist der Letzte. Zeus verbannte ihn auf ewig in die Wüste. Den Tempel der Pandora auf den Rücken gekettet, bis der tosende Sand ihn das Fleisch von den Knochen fetzt. Folge dem Lied der Sirenen, Kratos. Hier beginnt die Reise. Möge sie dich nach Athen führen, mit der Büchse der Pandora. Folge dem Lied der Sirenen, Kratos. Ah, ok. Mutterbüchse, weil sie, bitte, wenn wir kommen werden, also Tee. Ja, ja. Ja. Ja, das ist die steile Information House von Spül. Au, ich bin mal gespannt. Muss man nur noch lauschen, oder was? Ja, müssen die Sirenen fallen. Drei stecken. Tee, 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 tee. Das ist das Stiefste. Nein, das geht dir doch nicht mehr. Ah, ja. Ich war so, für die sichere Weh, bla bla, ich meine so, was du von meinem gewissen Pfad hochkennst, dann. So, ah, du bist verirrt. Ja, guck. Ich traf so meine Formen oder andere. Ich traf so meine Formen oder so. Tee, 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 tee. Ich dachte, ich konnte nicht auch Tränen, ne? Ging die nicht mit mir oder nicht, bei mir? Ja. Ja. Auch schon lange lange mit dem Köst. Ist auch gut, ne? Mhm. Okay, ich meine, du nicht? Ja, ich weiß noch. Ich habe einen Stadler, oder? Und da, der war ein. Ich habe noch einen Stiefste, weil ich es gut bin. Also, ich habe auch wieder das Reise. Ja. Ja, oder? Ich habe einen Schloss, also. Z Nicole ist der Mann oder so. Wir fragen, wenn du den siehst. KQQ auch schon mal was es nur magier-gington will come from go from also ballgreens und hold ist der ihr so sollst du es ja okay mr.witz you got to talk need Wird wirklich, wird wirklich schon nicht gemerkt. Okay. Ah, denn Tag, das mir helft, steht müssen SIE die letzten zwei finden. Ja. Du kannst dir finden. Müssen SIE. Ah, da gehen wir da am besten auf den Tisch. Ich hoffe, dass wir im Raum drin sind, wenn wir die Mischung sagen. Nein, wie gesagt, ich habe schon nie das drauf versucht. So ein Spiel-Boggy sehen, während wir im Film. Das könnte wirklich schon zwei, das ist cool. Wie ist es, man? Da kann ich schon so schienen. Keine Mischung. Ja, das ist nur du hin. Ah, wirklich, das ist schon da, was ich mal jetzt. Ich hab dich schon aufgeführt, wie Mirol, das ist schon der Film. Ja, ich hab mich noch zu dir. Ich habe dich schon aufgeführt, dass du dein Herz hast. Ja, ich hab dich schon aufgeführt. Ja, ich hab dich schon aufgeführt. Ja, ich hab dich schon aufgeführt. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Komisch. Ich kann nicht mehr so weg. Nein. Nein. Das ist so schön. Ich bin echt gemüt. Es sind scheiß viele Leute. Ich habe nur so eine Tür gemacht. Ja. Ja, unnüß. Voilà, du darfst mich nicht mehr. Sehr gut. Ja. Genau. Sein Tisch sieht aus. Bist du nur links hast, oder? Ja. Bist du nur links? Ja, bist du nur links. Nein, mir nicht. Ich wollte ja. Singen sie? Ja. 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 Die darf nicht gehen. Okay. Ich muss erst kommen. Ich bin aufgefallen, dass sie die durchgehen machen. Ich bin echt nicht. Hm. Oh, hoi. Ich bin schon mal wieder. Von den Gards. Guck, mein Geh-Zoi-Dun denke, dass ich die Stubbebewegung bekomme. 5 5 5 5 5 5 das 5 5 5 5 5 5 so eine Gläscher singen, lieber. Ja, wir sind schon wieder auf der Zeit. Ja, wir sind schon bald auf der Zeit. Hey, bald, das ist schön. Ja, wir sind schon... Ich will das Ding nur noch Fütteln an. So, ich hab's im Vibschied immer jetzt schon in diesem Teil. Dann sehen wir's am nächsten Teil. Bis dann, ne? Ja, Moment, nach Tachtrucken an alles. So, wir sind auch mal. Wir sind dann, bis dann. Bis dann. Ciao.